Jetzt hier im Interview bei mir ist der Sascha Gemmer, der auch die erste Woche unseres LAPT Resize Programms hinter sich gebracht hat. Sascha, erzähl doch mal ganz kurz, wie viel hast du abgenommen in der Woche, wie ist es dir ergangen, wie war es mit der Ernährung und mit dem Training? Also anfangs war es ziemlich schwierig mit der Ernährung, weil ich schon gemerkt habe, dass es mit den Kohlenhydraten ziemlich problematisch bei mir ist, aber so nach zwei, drei Tagen, da ging es dann und ja, also ich habe bis jetzt in einer Woche knapp fünf Kilo abgenommen. Bin relativ zufrieden. Das ist ja ganz ordentlich, also fünf Kilo in der Woche loszuwerden. Manche schaffen es nicht im ganzen Leben. Da sage ich dir schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Das Trainingsprogramm, also diese erste Cardio Woche, kamst du damit klar, weil du bist ja eher der typische Kraftsportler und dieses Ausdauertraining ist ja nicht das, was du sonst so trainierst. Ja. War okay? Das war okay, ja. Gut, die zweite Woche wird dir dann mehr entgegenkommen. Jetzt gibt es den richtigen Männersport, Krafttraining, Muskelaufbautraining. Du hast den geänderten Ernährungsplan, der, denke ich mal, auch deinen Vorzügen, was Ernährung betrifft, entgegenkommt. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche und gucken mal, was dann so mit dir passiert ist. Ich bin gespannt. Lass mich überraschen. Danke, Sascha. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.